so weiter geht's mit gebrüll bevor ich hier mich um irgendwas komme will ich mich erst mal nach munitionen umschauen so was haben wir hier haben wir ein scharfschiffengewehr aber wir haben ja die schuss haben wir da 17 da kann ich auch das behalten oh hier rennt auch einer, was sind das für welche hier? freunde oder feinde? die seiten hier? ah freunde ok ach so was habe ich immer raketenwerfer hier äh treue ok die sprengladen gegen jemanden sind alles freunde hier was ist hier unten noch? hatten wir da schon mal geguckt? ach hier war ich bei den hubschrauber geflüchtet da habe ich ja schon nach raketen als scheiß gesucht was haben wir hier? 71er munition da gibt es nichts weiter gucken wir mal hier bei diesen generatoren hm hier ist nichts hier scheint auch nichts zu sein ok so guck ich mal die hätte man noch hier an das habe ich gesagt die wir kennen ach ne da wollen wir ja noch nicht aber ne ich dachte ich hab da was wäre wie ich hier erinnern ich will doch für unsern ja ja ist hier noch jemand? na egal weil die alle so Farb 8 Stellung sind ach so mein eigenes präzisionsgewehr hatte ich ja hier gehabt Moment mal Sie haben nicht viel Zeit Moment mal ich lasse mich umstellen äh wobei äh ne ich habe mich nicht mehr gestellt ach wir machen hier so so ist hier oben auch schon etwas hat man sich eben auf dem Dach da oben weg geputzt guck mal ich habe hier eben auf dem Dach hier oben weg geputzt oh es wackelt wieder alles hier der Berg ruft hier hat es schon einen erledigt auch nichts da ja wie es aussieht wie es aussieht nix da nö seltsam keine Waffe da soo die Panzerung maximale Panzerung naja hat mich nicht so aha hier haben wir hey ich wollte doch gar nicht ich wollte doch die Munition haben hier ach quatsch das ist Helm ich dachte das wäre Munition hier so was will ich nicht benutzen ach Moment mal hier oben auch noch einer gell da maximale Stärke ups ein Wurf ok da komme ich nicht raus dann kann ich hier wieder runter gehen oder hier geht es auch irgendwo lang Moment mal dann können die ja keine Treppen ach ich will gerade sagen wenn die ja keine Treppen hinbauen die Träne ne die kacke oh wo land ich denn da ja in ganz weit oben aha das hat vielleicht sogar einen Vorteil kann ich vielleicht von da oben aus gescheit leite markieren also quasi hier runter klotzen ich steuere als nächstes in auch da unten hin da unten soll ich hin äh äh haben wir hier irgendwas zu markieren oh mit dem Krallmonster gleich mal von hier aus so mein Freund der darf die Geschichte sein so das sehe ich hier noch war da eben nicht denn ok ok äh ok kann man so unterwegs auch irgendwo wieder besorgen auf den schießen denn die das sind die VN und die sind leider von unseren oder ja äh komm ich ja wie komm ich denn jetzt hier so oh das ist nicht näher oh oh laut steht es auch na dann mal hin na ich gebe jetzt gleich wieder runter hier ich habe gerade geschossen hier noch etwas lohnt sich das hier auf irgendwas zu schießen ich habe doch gar keine gehört ich sehe keine Feinde hier unser feinde sehe ich hier gar keine feinde sehe ich hier gar keine ne ne ich gucke Jetzt rutsch die ganze Scheiße runter. Ja, es war auch die Brücke da unten. Nicht einen Fein zu sehen. Außer diesen verblödeten Dings, die wir gerade abgeschossen haben. Okay, jetzt bringe ich den hier oben an. Ein langer Weg nach unten. So. Schauen wir mal hier an. Wo war die Munition? Hier hinten war das noch. Die Treppe ist nach oben. Ah ja, hier. Da oben liegen also noch zwei Kettling-Kanonen. Da oben liegen also noch zwei Kettling-Kanonen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So, Jeep brauchen wir nicht. Was fehlt denn eigentlich? Eine Gaus-Munition haben wir keine mehr. Und den Ding haben wir einen 4er. Das Ding geht mir übrigens auf den Sack, muss ich sagen. Ja, ich bringe das Ding in die Luft hier. So. Und weil es so schön ist. Damit es sich auch wirklich lohnen. Obwohl ich noch eins gesehen gehabt hier. Ja. Okay. Ja, ich bin so ein bisschen blöd dann halt. Mir fällt gerade dann noch. So. Was haben wir hier? Die Karre ist fort. Die hat es in seine... Oh! 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 Boah! Jetzt ist der Hammer! Oh! 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 So, na ok. Die schleichen hier überall rum. Ich geh mal hier auf den Huckel. Sprengkarnichel. Spreng. Um Kontrollpunkt erreicht. Bricht das Ding jetzt wirklich zusammen oder was? Irgendwas ist da gerade aus dem Fenster gekommen. Oh, hier, 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 hier. Aber was geschieht dich hier? Was war das? Ja, gut. Alles kalte unten. Schieben dieses Zeug ab oder muss ich mich da drum kümmern? Das hat dem Ding ja überhaupt nicht ausgemacht, gell? Das hat dem Ding ja gar nicht ausgemacht. Kommt dann mal wieder alter. Ich will nochmal aufmumpeln, bevor ich mich dann unterwache. Da unten fliegen irgendwelche unangenehmes Lektier rum. Na, sag mal. Müssen die das denn aufstellen oder was? Könnten sie privat runter tun? Wo hab ich denn eigentlich Schild? Ja, ok. Aber das Zeug greift uns scheinbar nicht an hier. Diese Viecher da. Na, das kommt vielleicht noch. Ist hier ein Helm? So. Wie kommen wir jetzt eigentlich an Waffe? Ach, hör mal abdrehen. Ah, hier haben wir was schönes hier. Herr damit. Was? Wo, wer? Na, ich warte, können wir mal hingehen. Fangen wir uns mal. Oh. Oh, da unten. Karnickel ohne Ente. Mal schön markieren die Bräter hier. Dann löscht auf. Hier ist ein Scanner drin. Wieso sind die in grün und die anderen sind... Rot. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Jetzt zurück hier. Oh, da hinten noch. Da. 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 Ich hab dich noch gesehen. Noch mehr. Da stehen hier schon. So, ok. Wollte ich sagen, wir machen erstmal die NG Stellung hier platt. So. So, ich bin schon vom Ärger nicht. So. Sind wir garantiert noch mehr solche Dinger hier. Ich muss die Sache sehen, oder? Die wunderbare Raketen hier. Oh, hier sind nicht schon noch welche. Nice, Mann. So. 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 Wo haben wir noch irgendwas, was gefährlich aussieht? Da rennt der noch ein bisschen Karnickel. Boah, ja überall, gell. Oh, wir dürfen gerade. Das WF-1-Haufen. So. Wo ist schief? Oh, mich schubbt gerade was. So. Wow. Der kann uns nicht leiten. Hier der eine. Okay. Gucken wir, wo wir weiter sind. Oh, wir müssen weiter um. Oh, wir müssen weiter. Wo soll ich da hingehen? Das soll mich erschießen lassen. Das war ja ziemlich blöd. Guck ich doch lieber nach bei Raketen hier auf dem Tor. Was? 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 Ach nee, was ist das? Die sieht da so komisch aus. Maschinenpistole. Ach, das ist eine Pistole drin. Ah. So und her. Was? Ich denke, ich hab diesen scheiß Panzer erledigt. Na gut. Mal nochmal rumsuchen. Ganz öffensichtlich kommt da so ein verkackter Panzer angeklappert. Äh, angeklappert. Oh, ich sag schon mal nach dem maximales Tempo. Hat sich doch gar nicht eingestellt. Hier örtest du. Das hört sich aber nicht nett an hier, gell? Wo waren die Raketen? Ah, hier. Oh, Granaten sehe ich hier gerade. Haben wir noch? Oh, haben wir noch nicht alle. Was haben wir hier drin eigentlich? Ah, nochmal Raketen. Munition. Okay, was haben wir hier? 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 Ne, das will ich alles nicht haben. Wobei eh eine Sprengladung könnte ich mal vorsichtshalber mitnehmen. Ich kann sie zwar nicht leiden, ich kann sie auch jederzeit verballern. So können wir uns mal in den verkackten Panzer hier, der mehr auf die Nüsse gehen will. So war das Teil. Hier? Ja, auch noch ein Präzisionsgewehr. Ich bin halt beim Überlegen. Ob ich die Gauss... Doch, das mache ich. Ich tausche die Gauss jetzt erstmal aus. Und dann haben wir jetzt hier 17 Schuss. Wo warte ich denn jetzt noch? Und Präzisions... Ach, egal. Ist freund über Feind. Will freund. So, was hat denn jetzt hier so ein Mörderisch beschossen? Muss doch gleich auch immer gewesen sein. Ich dachte eigentlich, die Kinder... Ich dachte... Wo kam jetzt dieser? Das war doch gerade so eine... Ding hier... Die ist schon hochgegeben. So. Okay. Egal. Ich mache jetzt erstmal gar nicht geschießen da unten. Na ja, rennen wir den Arschler. Alles gleich nicht mehr. Boah, hier. Boah. Brück ist überall aufgestanden. Willst du diesen Krieg alleine gewinnen? Sichern Sie die verdammte Landenzone! Ja, ich muss ja den Krieg vermutlich alleine gewinnen. Er scheint ja zu blöd zu sein. Ja. Ja. Das ist schon hier. Oh, nur noch sieben. Jepa. Oh, das ist mein Freund. Oh. Das habe ich gemeint. Was war denn das hier? Was war denn schon wieder so ein Schuss? Ach. Das ist ja immer weg hier da unten. Ich merke mich da mal nicht hier die Mittwoche. Ohne Schwach sein. Ich merke mich dort hier. So. Gucken wir mal auf den Weg. Ah, da unten ist dieses Missteil. Bist du Freunde oder Feind? Boah, du bist ein Feind? Ist das eine Wacke oder was? Ist das hier zu belästigen? So. Hier rechts muss noch auch ein Wiener sein. Ah, da hinten sehe ich noch ein Rennen. Ach, bleib doch hier, Mann. Scheiss doch gehabt, Alter. So, wie sieht jetzt hier aus? Hier muss immer noch ein Wiener sein. Hä? Hä? Ne, hier. Hier auch. Hier muss ja noch ein Wiener sein. Ja, gucken wir mal. Zurück. Ist das schon gekackt oder was? Ist das noch ein Wiener? Ja. Dann müssen wir auch da hinten rennen. Hallo Karl-Nickelchen. Hier unten muss immer direkt einer unter mir sein. Wo ist die versteckte Mistbohre? Warte mal. In der Richtung sehe ich mich hin. Wie kann sein das der? Hä? Wo soll der sein? Wo soll der sein? Nein, da ist es nicht. Oh, es ist das. Da ist es noch ein Wiener. Hier ist es noch ein Wiener. Und da ist es auch nicht. Ähm, da ist es auch ein Wiener. Die gewinnen alle? Null Problem. Vielleicht hast du ein halbes Gewinn da unten. Wo war's die jetzt gerade? Damit hättest du jetzt nicht gerechnet, oder? So. Was haben wir hier noch? Okay. So. Auf die Map gucken. Alles clean. Dann werden wir unser Gauss-Gewehr wieder krallen. Jetzt noch das. Und... Wo noch? Hier vorne, gell? Aber mit Gauss-Gewehr. Nee, halt. Hier. Ich will doch hier so rummisch raus tauschen. So. Sind zwar auch bloß noch... Wir gehen da gerade auch noch 6 Schuss rein. Sind zwar auch bloß noch äh... 18 Schuss. Ach so, noch kalt. Man... Ich hab meinen Raketenwerfer vergessen. Sommel ist doch cool. Jetzt wird er irgendwo da... Ach so, die finde ich garantiert noch auf dem Weg nach unten. Ich hab den Hafenleut abgeknallt. Da wird er wohl eher einen zu verkackten Raketenwerfer dabei haben. Ich hab immer Angst, wenn ich an den Düsen vorbeilöse, dass es mir das Fell wegbrennt. So. Spiel gespeichert. Jetzt hat das jetzt keiner von den Dremeln hier den Raketenwerfer mit dabei hatte. Auch bloß gewollt mit Autofahren? Ach, natürlich nicht. Ach, das war so ein Raketenwerfer. Um. Kacke, kacke. Renn, 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 renn. Schau dich mal. Und schieß mal nochmal. Ich leb gerochen bei den Barcane hier. Gäste mich nicht da euch. So. Hab ich jetzt gerade wieder. so ein scheiß dingsbremse gehört auch nicht vorstellt so das hier und warum trau ich dem Frieden hier nicht irgendwie traue ich dem Frieden hier gerade nicht wahrscheinlich weiß Gott hier noch da zu sein da werden wir mal runter ich wollte gerade sagen, wir wären wohler ich mache Raketenwerfer hin so, wie komme ich jetzt da rüber wenn ich hier runter mache müsste ich doch eigentlich hier rechts hoch können oder Kontrollpunkt erreicht, spieg, speichert so, komme ich hier rüber ne, da komme ich doch nicht rüber, oder oder, komme ich hier rein bitte komm, bring, komm schaffst du doch, Mann du wirst doch wohl auf diesem verkackten Feld ne, sieht nicht aus, wenn er auf diesem Feld kommt, schade oh nein, bitte nicht nach dem Tempo ist hier so aber bevor wir hier weitermachen mache ich erst mal einen Cut in der Stelle und sage es mal Tschüßen weg Scheratan LB hier hier so hier Vielen Dank.